So Leute, erstmal Servus aus Matikofen. Wie geil war das denn? Wir haben bei speedwig.com und Abenteuer Motorrad eine Woche Traum-Biker-Urlaub in den Alpen gewonnen. Wir, das Team West 306, aber dazu später mehr. Also der Treffpunkt war erstmal an der KTM Motor Hall in Matikofen, kurzes Briefing, Bikes aussuchen und losging. Die Team West Tour für heute von Matikofen Oberösterreich nach Stumm im Zillertal Tirol. War ca. 270 Kilometer lang und schon nach ein paar Kilometern hatten wir fettes Baumbiker-Wetter. Ein Wahnsinn. Schaut euch den Himmel, aber vor allem die leeren kurvigen Straßen an. Mega. Alles war perfekt organisiert. Unsere Tourguides von KTM hatten das Team unter Kontrolle. Naja, war aber gar nicht nötig, denn das Team West 306 war von Anfang an voll gut drauf. Eben ein Team. Einfach easy going düsen wir die Pässe rauf und runter. Immer in der Nähe war unser VW-Bus als Service-Backup mit Proviant und natürlich genügend Dosen Red Bull. Wups, kurz in die Eisen für den blauen 45 kmh Flitzer. Aber nochmals, über die gesamte Woche hatten wir kaum Verkehr. Ich meine natürlich auf den Straßen. Der erste Tag verging wie im Flug. Da hatten wir schon fast das Mittagessen vergessen. Manche fielen schon fast vom Sattel. Aber gegen 14.30 Uhr ungefähr hatten unsere Guides einen Erbarmen. Alles klar? Weiter geht's zum letzten Pass des Tages. Ich glaube, da wird jemand nervös in meinem Rückspiegel. No problem. Noch eine Kurve und ab geht die Post. Das ließ ich Chris nicht zweimal sagen. Die gesamte Strecke bis zur Passhöhe. Nur ein Wohnmobil. Sonst freie Fahrt. Für das Siegerteam 306. Aber seht selbst. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, geil. Die KTM Super Adventure mit ihren 160 Pferden ist ein Traum und passt mir perfekt. Kurz warten auf die Gang und weiter geht's. Das ist der Job des Kamerabikers. Ich schicke die Jungs und Mädels voraus, um einmal das gesamte Team 306 zu filmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020